Moin Leute, neue Runde, neuer... Hm, ja, wie nennen wir das Ganze? Ganz einfach. Pranger, wie es im Titel schon drinsteht. Wir sehen die Teams. Wir haben kurz den Chat noch gesehen, was ich geschrieben habe. Kill den AMX 1390, den Gegnerischen, weil wir haben auch einen eigenen. So, und ich fahre jetzt hier los. Ich will mich da oben an die Häuser stellen. So, läuft alles ganz normal. So, jetzt taucht der Gegnerische, äh, der eigene auf, fährt irgendwie vor die Linse. Und, äh, ja, weiß auch, was auch immer er macht, er blockiert erst mal. Oh, denkst du mir? Hm, was macht er denn da? Zu dumm zu fahren? Ja, scheinbar schon. Da wollte ich noch einen Witz schreiben, man kann ja ab und zu mal irgendwie blöd lenken, gucken, was auch immer, dass er nicht trinken soll und fahren soll. Das hat er sich scheinbar dann zu Herzen genommen. Ja, das habe ich nicht gelöscht, weil, äh, das Geld habe ich mir gespart und er soll, wenn dann schon, richtig Kosten zahlen dürfen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr solche Gurken im Team habt oder andere seht, die da irgendwie Unfug bauen, dann, äh, erzählt mir das Ganze, schickt mir das zu. Wie gesagt, so aus Versehen mal irgendwo gegengefahren oder geschossen, das ist alles kein Ding, aber sowas Offensichtliches, ohne irgendwelchen Grund, ohne irgendwelche Beleidigungen im Chat oder sonst was, ähm, das muss nicht sein. Ja, ich denke mal, der hat auch noch ganz viele Tickets hier bekommen. Zumindest haben wir es dann noch im Spielverlauf geschrieben. Gut, alles klar, dann bis zum nächsten. Ich hoffe nicht, Pranger. Tschö. Tschö. Schöups.